Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Und zwar diesen Pizzateig, den ich hier im Supermarkt gefunden habe, der auf den ersten Blick ziemlich geil aussieht, muss ich sagen. Aber wenn ich mal hinten auf die Zutatenliste gucke, wird mir übel. Denn hier sind Dinge drin wie Verdickungsmittel, Backtriebmittel oder ganz spannend Essigpulver. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es irgendwas mit der Haltbarkeit zu tun hat, kein Plan. Aber für mich gehört einfach in einen Pizzateig Wasser, Hefe, Mehl, Salz, fertig. Und jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen, was da drin ist. Interessiert mich vor allem, wie der Teig schmeckt. Und ich wäre nicht Bennys Buffet, wenn ich da natürlich was vorbereitet hätte. Nämlich probieren wir heute mal, diesen Teig im Pizzaofen zu machen. Hier steht zwar drauf, natürlich kann man den im ganz normalen klassischen Ofen machen. Aber hier steht, dieser Teig ist perfekt für Neulinge und Profibäcker. Ich bin weder das eine noch das andere, würde ich jetzt sagen. Also ich habe schon mal einen Teig gemacht, ihr kennt ja vielleicht das eine oder andere Video. Oh, schmierig. Aber ich denke, so ein Pizzateig gehört eigentlich in einen Ofen, nämlich in einen Pizzaofen. Und das probieren wir mal aus, aber nicht alleine. Sondern wir vergleichen das heute doch einfach mal mit einem selbstgemachten Pizzateig. Nämlich einem klassischen neapolitanischen Teig, der so aussieht. Ja, das ist jetzt Teig, der 24 Stunden gegangen ist. Dieser Teig, den ich hier gekauft habe, der liegt glaube ich schon anderthalb Wochen im Kühlschrank. Also ist auch noch ein bisschen haltbar. Aber mal gucken, wie der sich gegenüber so einem klassischen Pizzateig schlägt, würde ich sagen. Also ich würde sagen, gucken wir doch erstmal, wie der Teig hier innen aussieht. Also Tomatensauce. Und hier ist der Teig. Ja, man sieht so leichte Luftblasen zumindest schon mal, glaube ich zumindest, dass es das ist. Sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Aber da es ja um den Geschmack des Teiges heute geht, werde ich diese Tomatensauce nicht verwenden, sondern das Ganze auch relativ einheitlich halten. Mit einer klassischen, ja hier sieht man das so ein bisschen, ja Tomatensauce praktisch. Einfach nur Tomaten und Salz, auch nicht mehr drin. Und klassischer Mozzarella, der einfach in Streifen geschnitten wird, die gleichmäßig groß sind, damit es auch gleichmäßig schön auf der Pizza nachher zerläuft. Und damit der Pizzateig nachher gleich groß ist, sowohl bei dem als auch bei dem anderen Teig, werde ich den erstmal portionieren, beziehungsweise kleiner machen, weil das hier sind 350 Gramm und ich habe Teiglinge um die 240 Gramm. Also mache ich den erstmal schnell auf und portioniere den erstmal. So, hier liegen die beiden Stücken vor mir. Man sieht schon einen deutlichen Unterschied. Also ganz klar, der fertige Teig aus dem Supermarkt, der ist einfach viel, viel fester, hat gar nicht so diese krasse Luftigkeit, wie zum Beispiel der frischgegangene Teig, der einfach viel, viel, viel weicher ist und viel leichter zergeht. Das merkt man schon sofort. Deswegen, ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich der verarbeiten lässt, muss ich sagen. Also funktioniert das, wie ich schon oft. Also funktioniert das, wie sich die Beine in der Mitte abieren, also funktioniert das, wie sich die Beine in der Mitte abieren, So sehen die beiden jetzt aus. Jetzt geht es ans Belegen und ich muss sagen, jetzt beim Zubereiten gerade ist das schon sehr schwierig gewesen, den Supermarktteig zuzubereiten, weil der auch ein, zweimal gerissen ist. Also der ist nicht ganz so widerstandsfähig wie jetzt der selbstgemachte Teig und auch wirklich sehr fest. Also es zieht sich langsam dann immer wieder zurück. War jetzt nicht anders zu erwarten, aber jetzt bin ich besonders gespannt auf den Geschmack. Ich werde jetzt mal den Pizzaofen vorheizen und dann geht es ans Belegen und danach ans Essen. Die Pizzen sind soweit fertig. Die Neapolitanische Pizza ist jetzt hier schon drauf. Ich werde die dann nachher einfach, wenn die fertig ist, einfach hier in den Pizzakarton packen, dass die ein bisschen warm bleibt, dass man das noch einigermaßen vergleichen kann. Und dann kommt die zweite mit rein. Leider passen nicht beide gleichzeitig rein. Und jetzt der Ofen ist vorgeheizt. Es geht los. Da ist das Gerät Nummer 1. Schnell ab in den Pizzakarton, damit es warm bleibt. So und jetzt die fertige aus dem Supermarkt. Ich bin extrem gespannt darauf jetzt, wie es aussieht. Mal gucken. Ich muss irgendwie sagen, der sieht irgendwie überraschenderweise richtig gut aus. Und da ist die zweite aus dem Supermarkt. Ich bin ein bisschen schockiert, im positiven Sinne. Ich habe den Tick vielleicht zu lang drin gelassen hinten, aber nichtsdestotrotz sieht krass aus. Und jetzt kommt endlich der Geschmackstest. Let's go! So, wie geil sehen die beiden Pizzen aus? Ja, die ist ein bisschen dunkler, aber das liegt an mir. Das liegt nicht am Teig. Ähm, ey, die sehen krass aus. Die sehen mega geil aus. Das ist auch einmal vorab der Teigtest. Das geht auf jeden Fall gut wieder hoch. Und hier auch, aber... Ja, doch, doch. Oh, ja, doch, doch. Ist schon geil. Ist schon echt luftig. Ich nehme jetzt zwei Stücken, die einigermaßen gleichfarbig sind, sozusagen. Ich esse zuerst mal den neapolitanischen Teig, den ich schon ein paar Mal gemacht habe. Deswegen auch weiß, wie der schmeckt. Mal gucken. Ich liebe Pizza einfach. Auch hier richtig gut aufgegangen. Man sieht hier die Luftblase. Also da war anständig Luft im Rand. Perfekt, so muss es sein. Okay. Und einmal der Supermarkt-Teig. Auch da muss ich sagen, ich bin, jetzt mal ganz kurz, ich bin echt krass positiv überrascht. Ich dachte, das ist so ein, ich nenne es jetzt mal übertrieben gesagt, Billow-Teig. Aber bisher überrascht der wirklich enorm. Also krass, auch hier der Rand sieht wirklich, wirklich gut aus. Und jetzt kommt es auf den Geschmack an. Ich vergleiche mal nochmal den Rand alleine. Ich verstehe. Also geschmacklich kommt der tatsächlich nicht an den selbstgemachten Teig ran. Einmal die Konsistenz. Man sieht es vielleicht gleich, wenn ich abbeiße. So. Das ist praktisch wie ein Stück Teig einfach, was man sozusagen abweist, ganz normal. Aber im Gegensatz dazu hier, das reißt richtig auseinander und hat viel mehr Elastizität drin sozusagen. Und dieser Teig ist von der Konsistenz zumindest schon mal nicht so überzeugend. Und geschmacklich, und das ist der größte Punkt, der Teig ist echt süß. Also der hat eine krasse Süße irgendwie. Ist irgendwie echt schade, muss ich sagen. Weil bisher hatte der überzeugt, aber jetzt. Ei, ei, ei. Hier der Boden. Oh, der Boden sieht cool aus. Die Konsistenz ergibt sich wahrscheinlich auch dadurch, dass hier auch relativ viel Öl mit drin ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, hat der gar nicht diese krasse Elastizität. Glaube ich zumindest. Korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Aber ja, es ist tatsächlich schade. Tatsächlich schade. Ich hätte jetzt wirklich schon gehofft, dass ich meine Meinung, die ich am Anfang hatte, ein bisschen revidieren kann. Weil der so perfekt im Endeffekt jetzt optisch zumindest fertig geworden ist. Aber geschmacklich muss ich sagen, echter selbstgemachter Teig ist einfach immer noch das aller allerbeste. So, was soll ich sagen? Ich habe mir jetzt noch den zweiten Pizzaballen gemacht, den ich noch übrig hatte. Und werde den jetzt erstmal essen. Ich dachte wirklich, dieser Teig überzeugt mich jetzt im Laufe des Videos, im Laufe des Drehs. Aber geschmacklich wirklich überhaupt nicht überzeugend. Deswegen, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Macht Pizzateig selbst. Es dauert nicht lange. Und es schmeckt so viel besser. Und ihr könnt es auch in jedem Ofen machen. Ihr braucht dafür keinen professionellen Pizzaofen. Das heißt, bitte keinen Pizzateig aus dem Supermarkt. Ja, ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, würde ich sagen. Lasst mir jetzt diese Pizza schmecken. Und übrigens, wenn ihr das Pizzateig-Rezept mal sehen wollt im Video. Ich verlinke es euch hier oben irgendwo rechts oder links. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ich lasse mir jetzt die Pizza schmecken. Bleibt hungrig. Und bis bald. Bis bald.